also ich kläre gar nichts oder ich kläre meine sachen ich kläre meine sachen ich halte mich da komplett kein bock auf die ich auch oder stumm ich mal ganz kurz und mach mich weg jetzt bist du stumm okay mach weg warum oder es raschelt die ganze zeit jetzt weg ok ja ja ich weiß nicht was ich dir sagen soll du musst das schon kann sein du bist ein typ oder wenn du mit jemand redest rede dacheles klartext 123 nicht ha und nie und ja bruder und das geht nicht wurde und das soll nicht oder so geht nicht alles salam aleikum 123 so so musst du erstens mein gürtel ist in zwei tage bei mir so du bist jetzt gerade der 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 den gürtel hat verstehst du und danach kann man immer noch weiter reden aber ich weiß nicht was ihr da zwischen euch habt bruder ich habe keine nerven für sowas oder du sagst du selber gerade deine meinten wasser selber der gürtel muss zu mir aber der ist nicht bei mir der ist schon ich sage dir ganz ehrlich darüber braucht man nicht diskutieren der gürtel muss zu dir zurück punkt ja da gibt es auch keine diskussion verstehst du aber die ganze zeit bei auch bei den zuschauern eigentlich nein noch nicht erstmal es gibt die verträge wenn man den kampf unterschreibt aber du hast doch schon vertrag und unterschrieben und alles ist nicht für den kampf ich bin frei gerade ich habe keine ich habe nur zwei kämpfe unterschrieben gab habe ich gemacht ach so und du hast die zwei kämpfe gemacht ja gegen komödie und gegen bösemann ok und einen dritten hast du noch nicht unterschrieben nein ich bin vogelfrei ich muss den kampf ich habe man muss nichts machen ja aber du bist doch der titelträger oder wenn man mich so behandelt wenn ich so ich fühle mich im stich gelassen ein bisschen du bist irgendwie so wie so ein kleiner junge halte so der hilfe braucht und so ich fühle mich im stich gelassen gestern auch bruder scheiße ob du es mitbekommen hast unbekannte haben bei meinem vater am hausflur im hausflur oder vor seiner hausflur fußmatte von meinem vater anzuzünden und haben dann den ganzen boden verbrannt bis zum faschen abuifar mit dem geruch niemals ganze nacht war daulida mit krankenwagen haben sie mir ohne ursprünglich Mur ist der schreibt im beden ich habe so walt Alhamdulillah ist nichts passiert, Allah kibirah.